Der Mensch ist ein Geisteswesen und er steht und fällt mit der Anbetung, mit der Verherrlichung Gottes. Gott, ich will dich mit meinem Leib verherrlichen. Wenn mein Körper in der Bibel steht, begibt euer Leib als ein lebendiges, gottwohlgefälliges Opfer. Mein Körper, dass ich meinen Körper sauber halte, dass ich meinen Körper nicht mit Gift füttere. Schau doch die ganzen Lebensmittel an, die sind alles verseucht. Du weißt gar nicht, was du essen kannst und sollst, verstehst du? Das ist alles ja vergiftet, in aller Liebe. Nur um Geld zu machen, nur wegen Kapital. Und das ist alles Anbetung. Ihr Gott ist ihr Bauch, steht in der Bibel einmal, in einer anderen Version natürlich. Der Mensch ist ein Geisteswesen, bei ihm steht und fällt alles mit der Begeisterung, mit der Vision, mit seinem Ideal und seinem Idealismus, mit seinem Glauben. Und dann dagegen, im Gegensatz, ja, lese ich dann die Gläubigen und du hast bewahrt mein Wort, das Wort meines Zeugnisses. Und weil du mein Wort bewahrt hast, will ich dich auch bewahren vor der ganzen Versuchung, die über den Erdkreis geht. Weil du mein Wort bewahrt hast, weil du mein Wort zu Herzen genommen hast, finde deine persönliche Zeit für Gott. Lass dich von diesem Materialismus nicht treiben. Lass dich von deinen Feinden dir nichts nehmen. Lass dir vor allem deinen Gott dir von niemandem nehmen. Halte dich an dem Herrn. Der innere Friede ist wichtiger als Geld, Erfolg, Karriere und Anerkennung. Hab einen guten Draht zum Herrn. Und alles wird gut werden. Hab eine Beziehung zu Gott. Gott soll dein Manager sein, der dich trainiert und führt und leitet und dich ausbildet und fordert und prägt. Komm raus aus dem ganzen Tumult deiner Gedanken. Weißt du, diese Gedanken, was der Teufel dir versucht einzuzuggerieren, die wollen dich nur von Gott wegtreiben. Offenbarung 8, Vers 1 lese ich, es trat eine Stille ein. Offenbarung 8, Vers 1, es trat eine Stille ein. Eine halbe Stunde. Und diese Stille brauchst du, Guder und Schwester. Eine halbe Stunde. Wann hast du zum letzten Mal eine stille Zeit gehabt, wo du mit Gott meditiert, geredet hast? Hosea, Kapitel 2, Vers 14 heißt das. Ich locke dich. Ich will dich in die Wüste führen. Und dir, und zu dir reden, zu deinem Herzen reden. Und hier im Hosea 2, Vers 14 sind drei Etappen des geistlichen Lebens. Ich will dich locken. Ich will dich in die Wüste führen und zu deinem Herzen reden. Gott will dich, ja, wieder fest anbinden an sich selbst, dass dein Faden nicht reißt. Es ist sehr kritisch, um jeden einzelnen Menschen hier in dieser Welt zurzeit bestellt. Gott will das angefangene Werk in dir auch vollenden, dich weiterführen. Er will dir Fortschritte geben. Er will dich von deinen Lastern und Lasten befreien. Halleluja. Von diesen unnötigen Lasten, die du dir selbst aufgebürdet hast. Er will das ganze gewirrte Gedanke, diese ganze babylonische Verwirrung wegnehmen. Die vielen ungelösten Fragen. Dich davon erlösen. Zu deinem Herzen sprechen. Lass dich raus in die Wüste führen. In der Stille, in der Einsamkeit. Mal mit Gott reden. Gott will zu dir sprechen. Hab ein Draht zu Gott. Er will dich inspirieren. Du glaubst gar nicht, was aus deinem Leben passieren kann, wenn du in der Stille hineingehst. Nicht mehr vor einem Fernseher hockst. Und dir alles nur einsaugst wie ein Staubsauger. Gott will dich zuerst nähren, bevor du anderen nähren kannst. Dich stärken, bevor du andere stärken kannst. Er will dir dienen, bevor du anderen dienen kannst. Halleluja. Vater, ich danke dir. Du gibst uns Kraft in dieser Endzeit, in der wir leben. Herr, gib uns eine starke Verbindung zu dir. Nimm uns die ganzen Funklöcher weg. Die ganzen Leerläufe in unserem Leben. Wir wollen noch viel mehr mit dir kommunizieren. Wir wollen uns Zeit für dir nehmen, wenigstens eine halbe Stunde, lieber Gott. Wir wollen uns miteinander austauschen, uns mit dir verständigen, dich fragen und sogar unser Herz vor dir ausschütten und dir sagen, wo es unsere Schuhe drückt. Und wir wollen uns Zeit für dich nehmen, lieber Heiland. Gib uns diese Zeit, gib uns diese Gnadenzeit, diese Ruhezeit, Herr Jesus, dass wir wieder mit dir Gemeinschaft haben und dass wir mit dir Zeit verbringen können. Danke, Herr, dass du meine Hörer, wo sie auch jetzt sind, segnest. In Jesu Namen. Amen. Amen.